Die makroökonomische Sturheit und Inkompetenz der Bundesregierung schaden dem Euroraum und die Austeritätspolitik Deutschlands steht am Pranger. Das sagt der Rudolf Fickel im Jahr 2014 im Gespräch mit Radio Frei. Rudolf Fickel ist ein kritischer Ökonom und ich frage ihn, ob sich an seiner Einschätzung was geändert hat. Schönen guten Tag Herr Hickel. Schönen guten Tag. An meiner Einschätzung hat sich ja nichts geändert. Wenn man sich das Hilfspaket jetzt anschaut, das heute Nacht über 17 Stunden verhandelt worden ist, dann werde ich in einem Punkt ganz massiv bestätigt. Es gibt weiterhin Maßnahmen, die vor allem die Binnennachfrage belasten. Wir nennen das Austeritätspolitik. Ich will es am Beispiel deutlich machen. So ist vorgesehen etwa die Mehrwertsteuer, auch während Rentenzahlungen werden gekürzt. Das heißt also ich bleibe bei meiner Kritik und die zweite Kritik läuft darauf hinaus. In diesem Paket gibt es überhaupt kein frisches Geld zum Aufbau, zur Stärkung der Wirtschaft. Es fließt sozusagen nur in die Abwicklung der Kreditfinanzierung. Das heißt, es schreibt ja auch Herr Pölschau heute, 9 von 10 Euro gingen an die Banken. Das stimmte nicht ganz, aber zumindest an die Gläubiger, oder? Ja, insgesamt ist so. Ich nenne es in der Zwischenzeit ein zirkuläres Schneeballsystem. Was passiert da? Da werden im Grunde genommen Kredite aufgenommen, die jetzt über das Hilfsprogramm im Rahmen von ungefähr 80 Milliarden finanziert werden sollen, als drittes Hilfspaket. Und wozu werden die benutzt? Die werden vor allem dazu benutzt, die Gläubiger abzuarbeiten. Wir haben jetzt praktisch in der Mitte dieses Monats ungefähr 4 Milliarden Forderungen der Europäischen Zentralbank, auch das Internationalen Währungsfonds. Die kann Griechenland nicht mehr bezahlen und die werden dann aus diesem Rettungsfonds bezahlt. Also man finanziert die Kredite. Wer sind die Gläubiger? Es waren in der Tat, da ist die Aussage richtig, ganz viele Jahre längere Zeit, ab 2010 waren es insbesondere die Banken und die Privatgläubiger, also die Reichen, denen sozusagen die Auszahlung ihrer Kredite gesichert worden ist. In der Zwischenzeit ist die Umstrukturierung des Staatsschulden so passiert in Griechenland, dass etwa 70 Prozent bei öffentlichen Institutionen liegen, beim IWF, beim Rettungsfonds und vielem mehr. Aber am Prinzip ändert sich nichts. Es ist kein Geld, das frisch aufgebracht wird, um sozusagen beispielsweise ein Soziales Hilfsprogramm in Griechenland zu finanzieren. Nun haben Sie jetzt nicht irgendwelche kritischen Ökonomen ausgedacht oder Journalisten? Auch der IWF hat das ja eingestanden und gesagt, also Olivier Banscher sagt, statt Griechenland wurden Banken gerettet. Also wenn man das richtig liest, hat auch der Internationalen Währungsfonds genau das bestätigt? Ja, der Internationalen Währungsfonds hat zwei sehr kluge Aussagen gemacht. Die eine war im September letzten Jahres. Da hat der Währungsfonds gesagt, dass diese ganze Austeritätspolitik die Wirtschaft erheblich mehr belastet hat, als bei den Planungen ausgegangen ist, das richtig zu Wachstumsverlusten geführt hat. Das war die erste kritische Äußerung gegenüber den Folgen der Austeritätspolitik. Und jetzt kommt die kritische Äußerung, dass vor allem Banken, sprich Gläubiger, finanziert werden. Da hat der IWF völlig recht, aber es führt beim IWF nicht dazu, dass sich beispielsweise das Grundkonzept, das heute Nacht verhandelt worden ist, ändert, was die sozusagen die Rettung der Gläubiger betrifft, die von Griechenland nicht mehr bezahlt werden können. Kritik kommt ja ebenfalls aus Amerika, zumindest von vielen Ökonomen, aber auch von Politikern, die sagen, Leute, ihr könnt Europa nicht kaputt sparen. Das geht nicht. Das ist also ein Kampf der ökonomischen Schulen. Ist das ein ideologischer Kampf oder was erleben wir derzeit? Nein, nein, das ist in der Tat ein Kampf der Schulen, der ökonomischen Schulen. In Deutschland ist übrigens die Gruppe von Ökonomen, die solche kritischen Äußerungen wie die aus den USA, etwa von Kugman und Stieglitz unterstützen, ist leider sehr klein. Wir haben in der Mehrheit, wir haben im Mainstream der Ökonomie, haben wir Leute, die natürlich noch mehr drangsalierende Programme auferlegen wollen, die überzeugt sind, dass die Australitätspolitik, sprich also die Buße von vorangegangenen Sünden im Sinne der Staatsverschuldung, ich zitiere das mal so, dass sie abgebaut werden müssen. Aber es geht im Kern eigentlich um die Frage, welche Rolle spielt der Staat? Und man will Griechenland gewisserweise massiv unter Druck jetzt mit Repression zurückführen, nach dem Motto, senkt eure Staatsquote, weitet den privatwirtschaftlichen Sektor aus. Deshalb ist ja auch vorgesehen, die Privatisierung von öffentlichem Eigentum, beispielsweise der Häfen, Flughäfen und der Seehäfen von insgesamt 50 Milliarden. Dahinter steckt sozusagen auch eine ideologische Strategie zurück. Neoliberale Strategie, Stärkung der Märkte, Schwächung sozusagen des Sozialstaats. Und das ist die Botschaft, die da jetzt versucht wird umzusetzen mit katastrophalen Wirkungen in Griechenland. Laufen denn nun die Politikerinnen und Politiker, also jetzt einfach an Schäuble, solchen ökonomischen Schulen hinterher? Oder behalten die sich an ökonomische Gesetze, die ja keine Naturgesetze sind? Oder wie schätzen Sie die Politiker ein, die da derzeit das Sagen haben? Das ist ja Frau Merkel und Herr Schäuble vor allen Dingen? Naja, die Politiker, die das maßgeblich beeinflussen, vor allem Schäuble und Merkel, wobei die Rollenaufteilung ja so ist, dass Schäuble sozusagen den harten Hardliner spielt, die Merkel dann gewisserweise immer die Kompromisslinie formuliert. Die hängen natürlich an dem Bild, wenn ihr Geld, die haben ein bisschen anders Argumentation. Wenn ihr von uns Geld haben wollt, das ja am Ende auch Steuerzahler und Steuerzahler belasten kann, dann müsst ihr dafür richtig bluten, dann müsst ihr dafür sozusagen auch Sozialstaat abbauen, Renten einschränken und Mehrwertsstaunen und vieles mehr erhöhen. Kommen wir mal zu den sprachlichen Geschichten. Da wird immer von Hilfspaketen gesprochen und von Hilfen. Aber Kredite sind doch nicht direkt Hilfen, das ist doch eigentlich nur geborgtes Geld. Das wird doch irgendwann zurückgezahlt, wenn nichts Schlimmes passiert. Ja, das ist genau das Problem. Also der erste Teil der Frage lautet, es sind in der Tat Hilfen, es sind genauer gesagt Kredithilfen. Und ich habe es am Beispiel schon deutlich gemacht, dass beispielsweise die 4 Milliarden, die jetzt an fälligen Krediten stehen von der EZB, die griechische Regierung alleine nicht bezahlen kann, da soll dann das sogenannte Hilfsprogramm die Kredithilfe geben. Aber es gäbe einen anderen Weg, den Sie damit angesprochen haben in Ihrer Frage. Der andere Weg wäre, dass man sagt, man nimmt auch die Kredite des Internationalen Währungsfonds und auch der Europäischen Zentralbank, nimmt man hinein in den Rettungsfonds und den kann man langfristig anlegen, sodass man sagt, die Rückzahlbarkeit wird auf 30 Jahre gestreckt bei sehr niedrigen Zinsen. Aber dazu war halt nach der Verhandlungsrunde nicht bereit. Wie schätzen Sie denn die Ergebnisse der Verhandlungsrunde ein? Ist das jetzt die Rettung von Griechenland? Nein, das ist überhaupt nicht die Rettung von Griechenland. Das ist gewisserweise, wie schon so oft, ein Zeitgewinn, weil zwei Dinge nicht passieren. Erstens, wir hätten dringend nötig ein Sofortprogramm gegen die humanitäre Katastrophe. Da wird überhaupt nichts gemacht. Und das Zweite, es gibt keine Mittel zum Aufbau, zum Strukturaufbau, zur Stärkung der Wirtschaft. Insoweit ist es gewisserweise ein Zeitgewinn, der aber die grundlegenden Probleme der Wirtschaft in Stärkung Griechenlands nicht löst. Sie sprachen 2014 von der imperialen Position Deutschlands, dass es ein Bumerang sei. Schlägt das auch irgendwann oder kann es auch irgendwann auf Deutschland zurückschlagen? Naja, insgesamt ist natürlich die ganze Art, wie diskutiert worden ist, ist natürlich ein riesen Vertrauensbruch, obwohl heute Morgen ja die Aktienkurse positiv reagiert haben auf das Ergebnis. Aber es ist in der Tat erstens imperial sehr stark. Das wird sehr stark beeinflusst. Sie hat übrigens heute Nacht gemerkt, dass beispielsweise der gute Freund von Merkel, Hollande, sich von ihr distanziert hat. Renzi, der italienische Ministerpräsident, hat sich mit sehr klugen Formulierungen distanziert. Und der Bumerang-Effekt könnte darin bestehen, dass Deutschland mit dieser Politik auch gewisserweise die Spaltung des Euros und des Euro-Landes und die Spaltung der EU vorantreibt. Und das ist natürlich ein Bärendienst, den man der europäischen Bewegung versucht dann zu verpassen. In Deutschland erleben wir immer mehr, dass Schuldenbremsen eingebaut werden in den Parlamenten, dass Staatshaushalte und auch der Länder mit Schuldenbremsen versehen werden. Wie schätzen Sie das denn ein? Der linke Ministerpräsident hier von Thüringen sagt, das tut ihm als Kaufmann weh, dass er keine Investitionen tätigen darf, keine Kredite aufnehmen darf, weil das Geld so billig ist. Eigentlich müsste man investieren, aber die Schuldenbremsen lassen das nicht zu. Taugen Schuldenbremsen? Ja, Bruder Ramelow hat das Problem, der Ministerpräsident von Thüringen ganz präzise formuliert. Es galt übrigens mal auch in der Verfassung, Artikel 115, genau der Grundsatz, den er beschreibt, wenn Kredite genutzt werden, um Infrastrukturinvestionen, die insgesamt positiv wirken, zu finanzieren, dann darf auch der Staat Kredite aufnehmen. Aber die Schuldenbremse ist im Grunde genommen, wenn man so will, ein Matterwerkzeug, das von außen kommt, so nach dem Motto, man traut dem Staat bei der Verschuldung nicht mehr über den Weg, dass er Vernünftiges finanziert. Und die Schuldenbremse ist heute auch eine Bremse der ökonomischen Entwicklung. Wenn wir beispielsweise auf Deutschland schauen, wir wissen genau, welche Infrastrukturinvestionen im Verkehrssystem und vieles mehr wir brauchen. Daher wäre es ganz sinnvoll, das auch über Schulden zu finanzieren, weil die Kredite dann auch aus dem Zuwachs an Wachstum abbezahlt werden können. Aber davor steht jetzt die Ideologie prinzipiell, beispielsweise den Ländern, Bundesländern ab 2019, jegliche Art von Neuverschuldung zu verbieten. Und daher kommt dann die berechtigte Klage von Bruder Ramelow. Kommen wir mal wieder zu Europa. Das sollte ja eine Werte- und Solidargemeinschaft sein. Ich habe den Eindruck, dass wir da im Moment weit entfernt sind. Und auch eine politische Union. Helmut Kohl hat ja gesagt, es braucht eine politische Union. Vorher kommt mal eine Art Währungsunion, die ja jetzt auch am Bröckeln ist. Und es braucht eine gemeinsame Wirtschafts-Finanzpolitik, wo Staatsausgaben, Steuern, Schulden tatsächlich gemeinsam geregelt werden und nicht in den 19 Mitgliedstaaten jeweils national beschlossen werden. Wäre so eine politische Union tatsächlich, wo also die Nationalregierung Macht abgeben, für eine Stabilisierung von Europa gut? Ja, wir sehen eigentlich seit der Gründung des Euro-Landes im Maastrichter Vertrag, verhandelt Ende 1990, sehen wir, dass es dringend erforderlich gewesen wäre, eine Wirtschafts- und Finanzunion, vor allem die politische Einigung voranzutreiben. Dass Griechenland jetzt so in die Krise geraten ist, dass das Euro-Land insgesamt sich in einer tiefen Krise befindet, hat etwas damit zu tun, dass diese politische Union nicht ausgebaut worden ist. Aber, ich sage auch gleich dazu, ich bin derzeit sehr, sehr skeptisch, wenn man sich in der EU und der Europäischen Union umschaut und sieht beispielsweise die Äußerungen der lettischen Ministerpräsidentin oder wenn man Ungarn sieht mit der rechtsradikalen Entwicklung, dann ist, glaube ich, die Idee Europa ist hochgefährdet. Es gibt in der Zwischenzeit Länder, die sehr artig stark, auch rechtslastig auf nationale Souveränität bestehen, dass das Projekt sehr, sehr gefährdet ist. Und das, was wir miteinander jetzt diskutieren, dass wir dringend von der Logik einer Währungsunion eine Weiterentwicklung bräuchten in Richtung auch Finanz- und Wirtschaftsunion, das sehe ich zurzeit ganz, ganz schwierig, weil heute Nacht die Verhandlungen ja auch gezeigt haben, dass hier die Bereitschaft, den Schritt weiter zu gehen, dass diese Bereitschaft nicht vorhanden ist. Sind Sie da eher optimistisch, dass es vorangeht in Europa? Es gab ja ein philosophisches Gedankenexperiment in der Sonntagszeitung, wo man gesagt hat, eigentlich müsste man Frankreich und Deutschland anfangen. Die müssten Sie erst mal vereinigen und dann kann man sehen, wie es weitergeht? Ja, die Ideen gibt es von Anfang an. Das ist das sogenannte Kerneuropa und Perifereuropa, der harte Kern und drumherum die Länder. Das ist alles schon diskutiert worden. Übrigens Schäuble damals noch, also noch Innenminister, da haben wir einen Vorschlag eingebracht vor vielen, vielen Jahren. Das Europa der zwei Geschwindigkeiten, was mir jetzt viel einfällt. Da haben wir sehr viele Arbeiten bei uns auch in der Uni geschrieben drüber. Aber insgesamt haben wir jetzt die Konstellation und es muss alles getan werden, dass die Konstellation des Eurolandes, also die 19, dass es nicht auseinanderbricht, sondern insgesamt weiterentwickelt wird. Aber Sie haben völlig recht. Das hat man ja gesehen. Frankreich und Deutschland, vielleicht auch ganz wichtig Italien, müssen da eine Führungsrolle übernehmen. Aber erstmals hat sich heute Nacht gezeigt, dass die Risse zwischen Beispiels Hollande für Frankreich und der Bundeskanzlerin Merkel sehr, sehr groß sind. Sagt Rudolf Fickel, der kritische Ökonom. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke für das Gespräch und alles Gute. Ciao. Ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Schönen Tag. Tschüss. Tschüss.